Ich liebe diese völlig blöden Cutscens mit Deadpool. Die sind herrlich, diese Cutscens. Die sind herrlich. So. Du bist ein Bonus-Level. Du bist kein Bonus-Level. Aber wir gucken, ob wir dieses Bonus-Level machen können. Wo ist es denn? Nö. Nö. Einfach mal nein. Das ist ein normales Level. Das ist ein Bonus-Level. Reisen wir da hin und gucken mal. Warum versuchst du es überhaupt? Warum? Warum? Versuchst du es überhaupt? Nö? Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Tut mir leid. Stirb und lass mich in Ruhe. So. Oh. Herzchen. Eieieiei. Meine Güte. So. Gut, das geht auch noch nicht. Brauchen wir auch noch ein paar. Das ging, glaube ich, auch noch nicht. Dann. Dann. Das ist eine Geschichte. Dann. Das ist eine Geschichte. Ey, meine sind wunderbar, okay? Meine Superkräfte, die sind genial. Es ist nämlich Geld. Nö. Gut, da kommen wir auch nicht rein. Da waren wir drinnen. Da waren wir auch drinnen. Das ist ein normales Level. Da waren wir drinnen. Ja. Sieht auch so, da kommen wir noch nicht rein. Das ist auch ein normales Level. Nö, nö, nö. Ein normales Level. Sieht dann fast danach aus. Da können wir noch hin. Hallo? Hi. Alles klar? Wunderbar. So, dann gucken wir mal nach dem Bonus-Level auf dem Stark Tower. Können wir schon rein. Ladies and Gentlemen. Eine Party ohne Tony Stark ist keine Party. Ja. Und das hier ist sicher keine Party. Meine sind so viel besser. Hey, Starkman. Wenn du anfängst zu tanzen, machen die anderen vielleicht auch mit. Oder so. Muss ich jetzt eine Party schmeißen, oder was? Was fehlt bei dieser Party? Sag an. Ich weiß. Dann schon sagt, mach mal Musik, ich will tanzen. Oh, Paul Cloud Sprecher kaputt gemacht. Vergisst manchmal, dass er stärkste ist. Zu düm. Oh, 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 dich kann ich rausholen. Gönn dir Stanley. Er taucht in diesem Spiel öfter auf als ich. Jetzt mal ehrlich, taucht er in jedem Level auf? Ja. Äh, Stanley. Das ist er. Kaum zu glauben, ist aber so. Ich muss die Boxen wieder herstellen. Das Essen finden. Alles kaputt machen. Finde ich. Klingt nach einem Plan. Oh, die Luftbalance zum Beispiel. Versuch mal mit deinem Laser da eine Form rauszuschneiden. Ja, ja, Sekunde. Alles klar. Repariere ich mal schnell den Aufzug. Nebenbei. Puh, jetzt hatte ich aber einen fetten Hänger. Tür. Passiert. Hi. Und wer bist du? Ähm, du bist die Ersatzbox. Alles klar. Ich meine, warum nicht? Halk ist glücklich. Halk ist glücklich. Solange Halk glücklich ist, ist das schon mal die halbe Miete, weil... Dann wird er nicht sauer. Es ist interessante Musik, das muss man schon sagen. So, einmal Luftballon brauche ich noch. So. Diesen Loser hast du dir ausgesucht. Ich bin der einzige Söldner mit der großen Klappe, den du freischalten solltest. Es sei denn, du musst dich alle sammeln. 100% willkommen. Ja, 100% willkommen. Hast du richtig gehört. 100% willkommen. Und deshalb sammle ich sie wieder ein. Ein glücklicher Halk ist ein guter Halk. Aber sowas von. Aber sowas von. Hey, DJ-Pult. Ja gut, dann zeig uns mal, was du drauf hast. Ja gut, dann zeig uns mal, was du drauf hast. ein geschenk von pepper sie weiß wie sehr ich auf glitzerzeug stehe und meine Damen und Herren der Blechmann des Tango der Stahlsultan des Swing der eiserne Patriot das ist leicht zeigen wir ihm wie es geht das ist das ist das ist das ist Mitgetanzt. Unbesiegbar? Ja, so sagen die Leute. Unbesiegbar? Ja. Hashtag unbesiegt und so. Dammit. Eigentlich haben wir ihn nur nachgemacht. Aber die Lorbeeren nehme ich gerne an. Danke. Yay. Halk hat der schönste Zeit seines Lebens. Oh ja, ja. Fette Pop- und Lockbeats. Wenn die Beats noch fetter wären, bräuchten sie einen elastischen Hosenbund. Alles klar, Deadpool. Zeig uns die Moves. Errungenschaft freigeschaltet. Abspannparty. Ey. Ey. Keine Ahnung. Kriegst keinen Preis. Jалась. Tschüss. Schnell. Will! Kommt.